Hallo, also das ist jetzt kein Video zu einem Let's Play oder zu einem Livestream-Ankündigung. Ich mach's hier einfach nur ein bisschen Werbung für einen guten Kumpel. Der macht nämlich echt geile Intros, geile YouTube-Banners und so weiter. Ich empfehle diesen Kanal echt weiter. Ihr solltet echt mal auf so einen Kanal gehen. Ich werde den Link natürlich in die Beschreibung packen. Und abonniert ihn auf jeden Fall, weil er macht echt gute Videos. Und ich will ihm echt ein bisschen weiterhelfen, dass er ein bisschen bekannter wird und alles, dass ich mit ihm mehr Leute kenne. Checkt auf jeden Fall seinen YouTube-Channel. Ich mach den Link in die Beschreibung.